Moin und Willkommen bei Affenfratze. Heute zu Was gibt's Neues in der Affenhöhle? Was ist neu bei uns eingezogen? Das erfahrt ihr jetzt. So sieht's aus. Das ist das zweite Video 2021 und wer möchte von uns anfangen? Ich hab glaube ich irgendwie mehr hier umgezogen. Du hast dir alles abgeschmissen. Fang du mal an. Oh, Nidalee, was ist denn los? Ein sehr cooles Spiel. Grab dich frei ist bei uns eingezogen. Hat auch... Oh, da wackelt das Kabel. Nidalee, lass das Kabel in Ruhe. Katze, komm her. Man hört sie nur... Ja, Grab dich frei ist bei uns eingezogen. Auf Deutsch rausgekommen. Ist ab 16, zwei bis sechs Personen, 45 Minuten, ein kleines, schnelles Spiel, was... Das haben wir auch tatsächlich schon gespielt. Das macht Spaß, aber dazu gibt es mehr in Weggebrenner. Wir zeigen euch jetzt nur, was eingezogen ist. Ja, ne? Ja. So hatten wir das Format ja mal angedacht. Genau. Dann schmeiße ich Grab dich frei aus Schmüll weg. Dann machen wir direkt hier weiter. Von Rita Moodle hat es auch endlich King of 12 bei uns in die Sammlung geschafft. Finally. Da sind wir ein bisschen länger leider drumherum geschlichen. Jetzt ist es aber da und wir freuen uns, dieses wunderbare Stück des Stichspiels bei uns begrüßen zu dürfen. Es macht Spaß. Sonst danke ich nicht unser Genre, aber das ist cool. Jetzt ist da mal gut hier, ne? Musst du deinem ganzen Bubu überall reinhalten. Nidalee. Ja, auch schon gespielt. Auch schon mit Kindern und mit Erwachsenen und alle fanden es bis jetzt ziemlich cool. Ja, Dennis hat einen Schnepper gemacht. Ich gebe das mal weiter. Und zwar... Ah, look at this here. Darf ich das richtig ausstellen? Ja, ne? Stand davor auch. Ein Fest für Odin. Die Erweiterung plus eine andere Erweiterung. Die Inseln oder so. Ja, so Promo-Kleine-Promo-Erweiterung. Und die Ernteerweiterung. Also da ist alles drin. Und ja, das war ein Schnapper. Ganz günstig tatsächlich am Brettspiel-Flohmarkt. Weggeschnabuliert. Die Katze ist neugierig. Hör auf zu beißen. Können Sie jetzt mal aufhören? Die ist garstig. Bist du eine garstige Katze. Komm mal her. Komm, komm mal. Komm mal her. So. Zack. Und runter mit dir. Zwei Menschen, eine Katze. Und wer es hier überfordert? Genau. Die Menschen. Auf alle Fälle endlich mal ein Fest für Odin. Hatte ich schon länger mal vor, zu spielen. Und ich habe ja so ein bisschen... Ich mag Wikinger. Ich mag Wikinger-Spiele. Ich mag Champions of Midgard. Das wisst ihr. Ich mag God of War. Ich habe auch so einen riesen Kratos. Ich weiß gar nicht, wie man diese Flaggen... Ja, so ein Banner ist das, ne? Ein Banner von Kratos. Geil. Also Wikinger. Finde ich cool. Und deswegen musste das auch irgendwann in die Sammlung kommen. Ich bin da auch immer neu drumherum geschlichen. Und dann gab es die Norweger. Ist ja gerade out of print. Kommt aber demnächst wieder raus. Und dann hatte ich dieses Angebot gesehen in der Brettspielgruppe. Musste ich mitnehmen. Ein Fest für Odin. Ein Uwe Rosenberg. Schön mal. Müssen uns mal einen Nachmittag hinsetzen. Lisa hat noch ein paar Hörner da. Und dann wird ein Fest für Odin weggebolzt. Da wird hier ein Fest gefeuert. Bam. Da wird hier ein Fest gefeuert. Ein Opferfest. Oh, oh, okay. Wir opfern die Katze, weil die immer ins Bild springt. Hast du gehört, Nidalee? Dann gibt es Katzensteaks. Oh ja. Das ist super. Gedünstet. Ja, weil ich war da auf meiner... Ich habe nur noch eins. Ach, du hast nur noch eins. Ja, weil du dir alles geschnappt hast. Ich habe alles irgendwie auf diese Seite gestellt. Dann, ich glaube, weil wir einfach nur unser... Unser Mindestbestellwert. Unser Mindestbestellwert beim Wolferdinger fertig haben wollten, weil wir irgendwas haben... Ach, wir wollten... Kommt gleich noch. Hatten wir noch eine wundervolle Welt, Korruption und Aufstieg. Ihr wisst, wir haben das Hauptspiel bei der X-Mess-Aktion von der Spieloffensive bekommen. Und ich habe einfach nur gehört, dass diese Erweiterung gut sein soll, die andere nicht so gut. Und dann habe ich mir gedacht, nehmen wir die mit. Und da auch... Da ruft man den Dennis an, ne? Ja, das war so witzig. Und am nächsten Tag ist das Paket da. Ey, das war so schnell, ja. Also der Wolferdinger, wenn ihr mal was sucht, was nicht euer Spielladen vor Ort hat, ruft dort an. Das geht so schnell raus, ne? Also da kann Amazon auch nicht mithalten. Mega schnell. Super guter Service. Wir sind jester begeistert und bestellen gerne immer da. Super begeistert von Dennis. Also schöne Grüße an Dennis. Jo. Und immer vielen, vielen Dank für diesen Support. Also das so schnell zu schicken. Nimm mal das Buch da. Jetzt nehme ich das Buch da. Okay, noch was ist eingezogen. Ein Klassiker. Eine Jubiläumsausgabe. Tatsächlich, ich habe noch nie Wizard gespielt. Ich habe es als Kind, boah, vielleicht drei, vier Mal gespielt. Aber ja, ich kenne es aus meiner Kindheit, aus meinen Kindertagen. Und ich muss ehrlich sagen, diese Edition, ein wahres Schätzchen. Das ist so cool. Da sind noch Münzen mit bei. Ich weiß echt nicht, ob man die gebrauchen kann. Aber die sehen hübsch aus. Das habe ich schon mal überzeugt. Damit hältst du deine Punkte. Ne, da hältst du fest. Das legst du auf die Karten. Ja. Du musst ja angeben, wie viele Stiche du gewinnst. Und auf die, wenn du die kriegst. Ja. Man spielt ja mal mehr Stiche. Dann legst du die da drauf, wenn du die gewonnen hast. Ich habe die Regeln schon wieder vergessen. Ich weiß, du hast die jetzt gelesen vor kurzem. Ich habe die Regeln in der Probearbeit, aber ich wollte euch auch hier, was nämlich auch neu eingezogen ist, ist dieses coole Streamwerk hier. So sehen die Münzen aus. Sie sind beautiful. Die sind wirklich sehr schön. Also fühlen sie auch super gut an, liegen perfekt in der Hand. Ja. Und wir stehen auf Münzen. Wer unsere Videos sieht, weiß, sobald es Münzen gibt. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Obwohl wir heute auch ein Spiel vorstellen wollen, da habe ich das einfach verpeilt. Da habe ich das verpeilt, Münzen zu bestellen. Schade, schade. Naja. Aber ja, das zu Wizard und der Jubiläumsedition. Ziemlich, ziemlich cool. Wir freuen uns, dass es immer noch so bekannt ist und gern gespielt wird. Und ich denke mal, bei uns kommt es auch nochmal auf den Tisch, die Tage. Ne? Nein, wir müssen noch zu drei Personen sein. Das wird gerade schwierig. Ja, ist ja nicht verboten. Nicht verboten, aber schwierig. Wir haben so viele gute Sachen. Machen wir den Klopper hier weiter? Oh mein Gott. Entschuldigung fürs Reinschrein, aber das ist so ein krasses Spiel. Also wir sind dem Hype erlegen und haben uns Eclipse, das zweite galaktische Zeitalter, gekauft. Ich wollte es erst nicht kaufen, weil das so viele Leute in unserer Umgebung gekauft haben. Und das ja doch schon mit 150 Euro, 130 Euro, irgendwie so, wow, warum liegt das ja? Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwie voll viele haben. Ich bin auch beim Auspöbeln erstmal verzweifelt. Und beim Einräumen auch. Irgendwie eineinhalb Stunden habe ich dafür gebraucht. Aber ich habe auch irgendwie nebenbei andere Sachen gemacht. Also Eclipse ist eingezogen. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich war ja kein Freund von Twilight Imperium 4. Und Lisa hat das schon einmal gespielt und hat gesagt, das wird dir gefallen. Das ist interaktiver. Ja, flotter auf jeden Fall. Flotter und konfrontativer. Ja. Was macht die da schon wieder? Twilight, ich sehe das, dass du das Kabel ankaust, auch wenn du unterm Tisch bist. Ja. Also Eclipse ist auch eingezogen. Da wollen wir ja nicht lang schnacken. Ich fand es fett. Da wird noch mal was bei weggebreddert kommen. Heute zeigen wir immer nur, was eingezogen ist. Und ihr könnt dann durch die Einblendung sehen, für wie viele Spieler, wie viele Zeiten da irgendwie eingeplant werden. Und so. Ja. Und so. Dann machen wir mit einem kleinen Kartenspiel weiter. Ich weiß tatsächlich noch nicht, worum es da geht. Ich auch nicht. Das Ding heißt Drachensachen. Von Würmgold ist das rausgekommen. Vom Würmgold Verlag, ja. Lisa hat Brettspiele bestellt. Ich erzähle. Das ist tatsächlich immer so, ich bestelle Spiele. Und die sind auch gut. Und jetzt komme ich kurz zu dem Fact, warum ich das bestellt habe. Es gab es nämlich in der Aktion. Ich muss weiter zurück. Noch weiter zurück. Noch weiter zurück. Bevor es die Aktion gab, gab es den Fakt, dass ich 1992 geboren wurde. So weit nicht. Wir spuren wieder ein bisschen vor. Ja, 2021. Lisa ist dabei, ein Video zu machen, recherchiert und ist bei der Recherche auf den Würmgold Verlag getroffen. Und wir haben schon mal einen kleinen Verlag supportet und da alle Spiele eingesackt. Und ja, da gab es halt diese Aktion. Und da dachte ich, okay, es gibt das Spiel dazu, zu einem anderen. Das zeigen wir euch auch gleich noch. Deswegen gönne ich mir das mal, weil auch mir der Autor von dem einen Spiel halt was gesagt hat. Ja, und dazu sind wir, so sind wir also zu Drachensachen gekommen. Werde ich mir auch die Tage mal gönnen. Boah, und also durchlesen und dann schauen, wie es ist. Ist auf jeden Fall ganz gut. Ich mag Drachen. Die sehen süß aus. Das sieht klasse aus. Das ist bis jetzt schon mal positiv. Und ja, es sind Karten drin. Also, ich werde euch im Weggebretterter erzählen, wie es war. Und ich werde es mir am Wochenende mal durchlesen. Dann können wir das auch mal zocken. Oh, das ist für zwei bis sechs Spieler. Ja. Ja, könnten wir Sonntag machen. Können wir Sonntag machen, ne? Ja. Wenn ich von der Arbeit komme. Auf jeden Fall ist das eingezogen, weil das eine Aktion war. Sehr schön. Und jetzt kommt das Spiel, warum diese Aktion, diese Aktion ist. So. Bounce. Genau. Robin von Loxley. Ich muss ehrlich sagen, Artwork und so. Aber es ist halt von Uwe Rosenberg und das hat mich schon angesprochen und ich bin einfach gespannt, wie es ist. Und wie gesagt, bin ich halt auch ein Mensch davon oder ein Mensch, der gerne kleine Verlage supportet. Und so und warum nicht, wenn es in der Aktion war, wenn es schon ein bisschen günstiger war, dann habe ich gedacht, gönne ich mir das mal. Und ja. Ja, du spielst aber auch gerne Spiele von Uwe Rosenberg. Ja, genau. Ich bin da echt ein Fan von. Diese ganzen Legemechaniken, die er da so hat, das ist ja, das spielt Lisa einfach gerne. Das kann ich auch verstehen. Ja, Uwe Rosenberg, Robin von Loxley, Wettstreit der Diebe ist auch hier eingezogen. Ist auch ein schönes Thema, finde ich. Ja. Robin, wer mag nicht Robinhund? So. Der Sheriff von Nottingham. Ja gut, der. Aber sonst lieben alle armen Leute ihn, weil die natürlich die Knete kriegen. Jetzt kommen wir wieder zu einem Spiel. Ja. Wo Lisa ein Fable für hat. Lisa hat ja diesen Fable Dinosaurier. True. Und wir wollten das schon bei der Spiel digital kaufen. Da hätten wir aber 90 Euro für bezahlt. Oh, 100. Aber nur wegen dem Versand. Nur wegen dem Versand. Ja. Also wir hätten mehr Versand als für das Spiel bezahlt. Und die Rede ist hier, Godstop Dinosaur. Dinosaur. Das haben wir auch vom Wolpertinger, das war der Grund, warum wir das andere bestellt haben. Bester Mann, immer noch. Da war wirklich, der hätte das erste Mal welche bekommen. Da konnten wir nach zwei Stunden, haben wir versucht anzurufen, waren die schon weg. Jetzt haben wir zum Glück mal eins bekommen. Ich habe keinen Plan von dem Spiel. Es sind aber coole Holzmückel drin. Ich habe es noch nicht gespielt. Es ist alles auf Englisch. Das heißt, das sind englische Spiele. Das ist meine Stärke. Die Anleitung ist übelst simpel. Ich habe nur eine Frage noch. Da muss ich mal ein bisschen recherchieren, was das mit dem komischen Vulkan auf sich hat. Weil das checke ich nicht ganz. Aber sonst macht es super, super viel Spaß. Das ist halt so ein bisschen Nahrungskettenspiel. Auch Plättchenlegespiel, weil du legst halt dein, beziehungsweise nicht Plättchenlegespiel, aber du baust halt dein Spielbrett aus. Das nennt sich Mobularis, mobiles Spielebrett gelönt. Naja, auf jeden Fall wird dein Spielfeld halt immer größer. Modularis. Modularis, genau, das habe ich gesucht. Ich wollte gerade sagen, von was redest du denn da? Ja, genau, Modularis. Mobil ist jedes Spiel. Ja, ich meine, Modularis. Und es ist halt das Beste. Es gibt Dinosaurier und die fressen andere Sachen. Und es gibt Baby-Eier und so. Es ist einfach richtig cute. Cute. Und es gibt kleine Baby-Häschen. Also, ob es die Babys sind, weiß ich nicht. Mal gucken, ob ich Nidalee so ein paar Miepel zum Fraß vorwerfen kann. Nein! Ja, um Gott. Und dann kommt der Dinosaurier und frisst dich, Nidalee. God's Love Dinosaurs ist ein super nettes Spielchen. Ich denke, auch für Familien gut geeignet. Und ja, freue mich, dass wir das auf jeden Fall hier haben. Wenn die Überschrift auch gut ist. Strategy Game of Food Chain Hierarchie. Ja. Wie wird es auf Englisch ausgesprochen? Äh. Ich habe im Englisch viel gefehlt. He, hä, ich weiß es auch nicht. Archie? Hierarchie? 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 Und alle sitzen da und denken sich, ah, die beiden Idioten da. Also... Kauft euch mal einen Englischkurs, bitte. Ja, guck mal. Jetzt habe ich den Stuhl frei gemacht und dann sitze ich auf dem Stuhl. Putze dich mal jetzt ordentlich. Ja, dann kommen wir auch... Hast du noch mehr da außer das? Ja, das habe ich hier noch. Und mehr nicht. Und das habe ich hier noch. Wir haben... Wir sind so ein bisschen in den Maximum Apocalypse... Aber nur minimal. ...rausch gekommen und haben uns dafür dann auch zwei Matten bestellt, weil wir das halt eben auch nur zu zweit spielen. Die stinken da auch so hart, ey. Ah, hier. Ich mag den Geruch. Du magst den? Ja. Du bist ja nicht... Kosten 20 Euro das Stück. Die Lieferung, da habe ich mich super drüber gejagt. Die waren einfach in den Karton so reingeschmissen. Da war dann noch so, weil wir noch was anderes mitbestellt hatten, so Fusselpappe dabei, ne, um das andere Spiel zu schützen. Aber das ganze Rotzling dann hier auf dieser Neon-Prin-Matte unten, das hast du kaum abgekriegt, hat super genervt. Und ich weiß auch nicht, ob man Matten einfach irgendwie reinschmeißen sollte, um die zu versenden. Kenn ich auch nicht so. Das ist definitiv, naja, Spiele-Offensive. Schau dir, was die mit den Champions-Mitglieds-Matten gemacht haben. Ja, das war furchtbar. Also da ist die Liebe zum Spiel ist da irgendwie nicht mehr vorhanden. Wenn ich sowas sehe, da kriege ich immer ein bisschen zu viel. Ja, also die Matten sind eingezogen und dazu ist noch die kleine Erweiterung, perehistorische Gefahren eingezogen. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier habe. Und grausige Schrecken, die Deluxe-Erweiterung. Eine ist schon weggeräumt. Die prähistorischen auch hier. Aber wie ihr seht, ist alles leer, weil wir die Legendary-Box hier haben. Und da ist alles drin. Hier ist die grausige Schrecken-Erweiterung. Und ja, jetzt fehlt nur noch eine Erweiterung. Kaiju oder so? Kaiju, ja genau. Und dann haben wir alles und dann müssen wir das mal weiterzocken. Wir sind da noch nicht ganz so weit gekommen, leider. Letztes Mal war eine Katastrophe, ey. Ja, letztes Mal. Oh, da haben wir uns auch hoch. Wir haben auch so viel Pech gehabt. So viel Pech kann man eigentlich gar nicht haben. Wir sind fast vor dem Verhungern gewesen. Und also man startet ja auch so ein Plättchen. Man muss dann eine Mission erfüllen und auf andere Plättchen gehen und sowas, um das zu schaffen. Wir sind von so einem Startplättchen fünf Runden oder so teilweise nicht runtergekommen. Und sind auch fast am Bus verhungert. Quatsch, das ist echt heftig gewesen, die eine Runde. Dennis würfelt Sechsen, Dennis würfelt Sechsen. Zack, zack, Zombie, Zombie, Zombie. Dann ist Dennis fertig mit Sechsenwürfeln, dann würfel ich die Sechsen. So heftig. Ja, dann kommen wir zum letzten Spiel, was hier neu eingezogen ist. Und das Schönste. Bam! Oh, es ist so schwer. Und da haben wir wieder ein Vitaler Serdar. Lisboa ist eingezogen. Wie ihr ja vielleicht aus dem anderen Video wisst, ist Portugal. Da ist ja so ein bisschen meine zweite Heimat durch meine Mutter. Ein schönes Land, schöne Städte, schlechte Politik. Aber darum geht es in diesem Spiel. Politik tatsächlich. Lissabon ist abgebrannt nach dem Erdbeben und wir bauen es wieder auf. Das ist, glaube ich, so diese Grundstory. Ich habe es noch nicht gespielt, ist es aber eingezogen. Ich habe mich super gefreut, dass der nächste Vitaler Serdar hier eingezogen ist. On Mars haben wir ja schon. Und die nächsten kommen dann jetzt so nach und nach. Muss man mal schauen. Wenn so ein bisschen Brettspiel-Flauten sind, dann holen wir uns diese alten Spiele immer mehr. Weil die kosten ja auch immer eine Stange Geld. Jo, das geht ordentlich ins Geld. Und das ist das Game, wo ich vergessen habe, die guten Münzen mitzunehmen. Da habe ich nicht darauf geachtet, dass ich keine Münzen... Das hätte sich gelohnt, du. Das hätte sich gelohnt. Vielleicht bestelle ich die beim nächsten Spiel einfach mit. Wenn ich Kanban oder sowas bestelle bei Skellig, dann schaue ich nochmal, haue ich nochmal die Münzen mit in den Karton. Aber es wird ja auch noch dieses Jahr Mercado de Lisboa ankommen. Das ist ja auch ein Vitaler Serdar. Da sind wir auch als Bäcker mit drin. Ja, das sind tatsächlich die Spiele, die neu bei uns angekommen sind. Ja, Versuch Nummer zwei. Ja, der letzte Part. Deswegen haben wir jetzt auch noch Klamotten an. Von Neusten, Affenhulde, mussten wir jetzt nochmal eben neu drehen. Bei den Spielen haben wir Cut gemacht, weil dann unser Ton... Cut gemacht hat. Cut gemacht hat. Ja, was ist noch Neues eingezogen? Ihr könnt das nicht sehen. Nidali hat sich direkt vor mich hingelegt und fängt an, sich zu putzen. Ja, aber im sehr intimen Bereich. Neu eingezogen bei uns ist eine LED-Tageslicht-Deckenlampe. Jetzt wird hier rumgespielt. Ich glaube, das kann man im Video jetzt nicht sehen. Ich kann das jetzt natürlich... Also es ist dunkler, sieht man schon. Ich habe die Softboxen an. Also jetzt wird es dunkler. Wenn Dennis das bedient, wechselt auch das Licht im Hintergrund, welches übrigens auch neu ist. Genau, und Licht in unserem Regal ist neu, damit das nicht immer so langweilig aussieht. Und wir haben uns ein Stream-Deck... Ups. Ja, Nidali, du sitzt jetzt hier voll an der falschen Position, Fräulein. Ein Stream-Deck gekauft. Pass auf, dass ich nicht damit spielen möchte. Oh, das sieht verführerisch aus. Nein, damit muss ich dann nicht mehr mit der Maus das alles bedienen oder hinten den Monitor und kleine Augen machen, sondern kann das jetzt einfach hier per Tastendruck machen. Ich klappe den nochmal ein, dann könnt ihr den Venture gleich von oben sehen. Genau, das ist hier dieses kleine Gerät. Wir haben auch ein bisschen hier zum Zoom. Genau, damit ihr auch die Karten nachher gut sehen könnt und so vielleicht. Und dann sind wir wieder da. Ich kann Aufnahmen starten, ich kann Clips abspielen. Ich glaube, ich habe auch gerade keinen Clip hinterlegt. Ja, vor allem ist das halt ziemlich cool, weil wir wollen ja auch ab und zu streamen. Und da hat Dennis auch irgendwie ein paar coole Ideen. Und man kann sich auch so anhören wie so ein Darsteller, ne? Ja, genau. Oder Schausteller. Wie der Typ von der Krammerksbude. Ja, genau. Also wir können jetzt witzige Sachen da machen und Dennis ist ganz froh über sein neues Spielzeug. Jetzt brauche ich nur noch Zeit, dass... Oh, da ist schon wieder das Ding. Dann leuchten die Augen. Dann brauche ich nur wieder Zeit, das mal alles vernünftig einzurichten und dann geht das los. Ja, das sind auf alle Fälle die Gadgets, die hier noch eingezogen sind, neben den Brettspielen, die wir euch zeigen wollten. Diese neue Tagessicht, ich glaube, die ist ganz cool. Dieses Augen haben ja so einige Probleme und damit Niederle. Damit kann sie spielen, ohne dass ich hier die Softboxen die ganze Zeit anhaben muss, die natürlich voll die Hitze produzieren hier drin in den kleinen Raum. Oh, ja. Das hat schon mal einen ganz großen Vorteil. Vorhin eine ganz normale Lampe, die war leider nicht so hell. Jetzt haben wir die da hängen und das mit den Augen ist besser. Ja, das ist einfach angenehmer. Die Softboxen sind ultra hell, was super gut ist. Dadurch kann ich leichter, das besser alles sehen und so und auch besser lesen. Und ja, wenn es halt so ein dunkles Licht ist, dann ist das sehr anstrengend für mich. Und genau, aber ja, das haben wir jetzt alles ein bisschen aufgerüstet. Einen neuen Tisch gibt es noch, also übergangsweise. Und genau, bis wir Geld haben für einen Brettspieltisch in drei, vier Jahren, fünf, sechs, sieben und nein. Das ist das nächste große Projekt, was gespart wird. Vergesst alles andere, was wichtig ist. Sowas wie ein Haus oder vielleicht machen wir einen Heiraten oder so. Das ganze Geld kommt weg und für einen Tisch gespart. Letztens schon ein paar, gestern schon ein paar Anbieter abgeklappert. Und ich muss dir sagen, keiner von denen hatte standardmäßig unsere Mattengröße. Ja, dann ist sowieso vorbei. Die Tische sind alle kleiner. Ja, dann ist sowieso vorbei. Da brauchen wir eine Sonderanfertigung. Oh Gott. Ja, tschüss. Ja, das können wir uns nicht leisten. Alles, was wir uns nicht leisten wollten. Jetzt fehlt natürlich auch noch der letzte Teil, den wir auch schon gedreht haben. Aber ich mache es jetzt nochmal ganz gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Lasst uns einen Kommentar da. Was ist Neues bei euch eingezogen? Habt ihr vielleicht auch euren Spielraum, Brettspielraum, Brettspielzimmer, wie ihr das nennt. Der Sven von Bretballetten ist ja sein Man Cave. Ja, stimmt. Habt ihr da, wenn ihr da auch irgendwie was dran verändert, das interessiert uns auch immer ganz gerne. Auf jeden Fall. Und dann könnt ihr die Fotos zum Beispiel auch total gerne auf unseren Discord posten. Ja, da könnt ihr euch nochmal mehr austauschen. Da könnt ihr eure coolen Spielezimmer reinstellen und ja, mal so zeigen, was ihr so habt zu Hause. Und könnt auch direkt mit uns schreiben. Genau. Nur, glaube ich, mit Lisa nicht. Die ist immer da, was das angeht. Hast du überhaupt dein Discord-Passwort noch? Ja, ich bin auch angemeldet auf Discord. Ich wollte heute eigentlich guten Morgen schreiben. Aber da war Dennis schon zuvor gekommen. Und dann hat er schon guten Morgen geschrieben. Brauche ich das nicht machen. Die kann auch guten Morgen schreiben. Aber ihr merkt, ne? Das ist so, was Social Media angeht, ist die totale Diskrepanz. Ja, ich bin schon froh, wenn ich ab und zu meine YouTube-Kommentare sehe und das relativ zügig beantworten kann. Oder auf Instagram, wenn ich mich darum kümmere oder so. Ja. Und die Frau hat Zeit. Ja. Aber Dennis lässt mir auch immer den Haushalt hier übrig. Das heißt, da habe ich auch meinen Spaß dran. Also alles cool. So hat jeder seins, ne? Und ja, da würde ich sagen, Dennis, deine letzten berühmten Worte. Oder wolltest du noch was sagen? Den Haushalt. Das bisschen Haushalt macht dich von allein. Manchmal lässt er mir Sachen hier einfach liegen mit Absicht, weil er dann sagt, ja, dann hast du nicht so viel Langeweile, wenn du zu Hause bist. Da ist so, ey. Ja, das stimmt. Großer, dicker Mittelfinger für dich. In dein Gesicht, ey. Ja. So. Ich bin aber nur kurz da. Also habe ich auch immer nur kurz Zeit, Sachen da zu lassen. Mhm. So. Je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt, wünsche ich euch eine gute Nacht. Einen wunderschönen Morgen. Einen relaxten Mittag. Einen kuchenreichen Nachmittag. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Jetzt kann ich dieses Wurrrr nicht mehr machen, weil ich meine Maus nicht mehr habe. Muss ich. Tschüss. Schön. Schön. ... Bis zum nächsten Mal.